Ich bin hier hingekommen und habe mir gedacht, ach ja, ein bisschen Burg anschauen. Ich habe mich vorbereitet auf diese Burg. Ich habe technisches Equipment dabei. Ja. Heute haben wir überall Ruine und die erste Frage, die immer kommt, wie sah das ursprünglich mal aus? Ich sage dir ehrlich, ich weiß nicht, wo oben und unten ist hier, ne? Das ist ja riesig, dieser ganze Komplex. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hm.